mal wieder ein bisschen schleifen lassen und jetzt gibt es mal wieder ein paar unboxings weil ich habe hier ein paket da habe ich immer wieder bei elfen.de bestellt mal gucken ich weiß auch gar nicht mehr was weil ich habe glaube ich jetzt so 10 12 pakete wo ich nicht hinterher gekommen bin ok zur seite oh ja ich glaube ich mal wieder ein paar t-shirts bestellt wie man sehen kann t-shirts in rauen mengen ich weiß gar nicht warum ich so viele t-shirts und in el und in el was haben wir hier noch das muss man zur seite stellen die hat nur noch einen superman mug irgendwas star wars technisches ich weiß noch nicht so genau was es ist so dann gucken wir mal upsala also hier haben wir ein paar t-shirts und hier haben wir scheinbar ich weiß gar nicht warum ich habe star wars tassen bestellt in rauen mengen star wars tassen noch eine star wars tassen noch eine star wars tassen mit yoda und mit das wader eine star wars tassen und mit turtles tassen obendrauf ja keine ahnung warum ich den ganzen shit bestellt habe um ehrlich zu sein das war glaube ich einfach mal auf der arbeit als ich ein bisschen zeit hatte und mir war langweilig da habe ich mir gedacht dann bestellt sie einfach mal ein bisschen was gut ich werde jetzt auch kein großartiges unboxing machen und das ist größe l das ist größe l was soll ich mit größe l verdammt lagst das ist größe xl ich bin ein bisschen dicker das ist alles für mich xl 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 alles meine t-shirts passt schon mit damit hier haben wir noch ein paar größe l t-shirts warum habe ich größe l gestellt ich weiß es nicht ja das war jetzt erstmal einfach mal so ein kleines unboxing hier haben wir jetzt noch mal ein coffee to go mug von batman so das war jetzt einfach mal so eine kleine bestellung die ich gemacht habe zack das kommt direkt hier hin die tassen werden nicht ausgepackt das kommt dahin die t-shirts kommen weg ich glaube die sind verkehrt die l t-shirts wenn einer von euch bock auf eins von diesen t-shirts hat abonniert meinen kanal postet ein bisschen was unter dem video irgendwas nettes am besten ich werde die dann bei zeiten mal verlosen weil mit l da werde ich niemals wieder rein wachsen ja ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denn dann tschaui